Was zu tun ist, wenn du dich vor Radioaktivität schützen musst. Einfach erklärt. Als du zum ersten Mal von der Gefahr radioaktiver Strahlung hörtest, warst du wahrscheinlich besorgt. Doch durch gründliche Recherche kannst du lernen, wie du dich effektiv schützen kannst. Es ist entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um deine Gesundheit zu bewahren. Der erste Schritt ist, sich über die Quellen radioaktiver Strahlung bewusst zu werden. Sie können aus natürlichen Quellen wie dem Boden oder kosmischer Strahlung stammen, aber auch aus menschengemachten Quellen wie Atomkraftwerken. Indem du weißt, wo diese Strahlung herkommt, kannst du Risiken besser einschätzen. Ein wichtiger Schutzmechanismus ist die Entfernung von der Strahlenquelle. Je weiter du dich entfernst, desto geringer ist die Strahlungsexposition. Wenn möglich, hältst du dich also fern von radioaktiven Materialien oder kontaminierten Gebieten. Ein weiterer wichtiger Schutzfaktor ist die Zeit. Je kürzer du dich der Strahlung aussetzt, desto besser. Wenn du in der Nähe einer Strahlenquelle sein musst, versuchst du deine Zeit dort so kurz wie möglich zu halten, um das Risiko zu minimieren. Zusätzlich ist die Verwendung von Schutzkleidung und Ausrüstung entscheidend. Das Tragen von spezieller Kleidung, Handschuhen und Atemschutzmasken kann deine Exposition gegenüber radioaktiver Strahlung erheblich reduzieren. Nicht zu vergessen ist die Bedeutung der Dekontamination. Nachdem du potenziell kontaminierten Bereichen ausgesetzt warst, ist es wichtig, dich gründlich zu reinigen, um radioaktive Partikel von deiner Haut und Kleidung zu entfernen. Indem du diese Schutzmaßnahmen befolgst und dich bewusst vor radioaktiver Strahlung schützt, kannst du deine Gesundheit und die deiner Mitmenschen schützen. Es ist wichtig, informiert zu bleiben und Vorsicht walten zu lassen, um die Risiken zu minimieren. Das Tragen von der Dekontamination